Welten Antwort. Okay. Ja. Wie heißt du? Susi. Woher kommst du? Wie alt bist du? 15. Wie heißt deine Frau? Petra. Susi! Also? Ja, ich darf doch nennst du das. Welche Musik hörst du? Heavy Metal. Wie heißt deine Lieblings-Kinder-Serie? Kassau. Händler Gretel. Wer anderen eine Grube gäbe? Scheiß drauf. Welche Farbe hat deine Banane? Lila. Wie macht deine Katze, wenn sie keinen Hund annehmen? Sollte ich das nachmachen oder sagen? Super, super. Machst du hier gerne mit? Nein. Was ist 2 plus 2? 12. Warum ist die Banane kom? Ja, die hat halt Hunger. Was? Was? Ich bin nicht gerade einer BesCrowd,